Die zweite Hälfte ist ein bisschen experimentell ab. Wir sind ja nicht cool ab, Kaiser. Der Mann mit dem eisernen Kreuz am Arm ist heute ziemlich schlapp. Und er wischt sich seine Senfinger am Bademantel ab. Die Frau mit dem eisernen Kreuz am Bauch ist auch nicht mehr so fit. So ein Kräutereinlauf in der Früh, die tränen ganz schön mit. Die beiden sind jetzt müde und sie sitzen schwitzend da. Er fragt sie, Schatz, wie fühlst du dich? Sie sagt ganz schwach, Wunderbar. Im Sohlebecken danft es und den Kindern dort ist Fahrt. Und der Bankdirektor schimpft, das sind keine 39 Grad. Sie nennt der Glatzkopf und die Zwergenfrau ihre Hebelfiguren üben. Werden Poolnudeln geschwungen, im Markt die Becken drüben. Man läutet eine Glocke, wir ziehen die Badeschlafen an. Und die Frottegespenster schweben wir zur Suppenbahn und dann. Gibt es Fenchelsuppe, die essen wir gerne in der Therme, in der Therme. Wir genießen die Ruhe, das Wasser und die Wärme. Die alte Frau sagt, ich bin so entgiftet, so entgiftet war ich noch nie. Und der Kräutertherapeut sagt, das kommt von der Kräutertherapie. Bei den Massagen dieser küssen sich die Paare und umarmen sich die ganze Zeit. Die meisten Frauen sind schwanger, das ist der letzte Ohrlach zu zweit. Die EGZV schaut den blonden Ball ross, kleinisch auf den Bauch. Sie wäre auch gern schwanger, in diesem Wasser wird sie es wahrscheinlich auch. Überaus im Becken sieht man schon die Sterne, in der Therme, in der Therme. Und dann gibt's drüben Suppe, die haben wir auch sehr gerne, in der Therme. Der Vater vom Schreihals holt zwei Teller Nudeln, vom sogenannten Fitnessbuffet. Er trägt wieder den schönen Pullover und seine Frau zeigt heute Kunti. Abends sind alle müde und loben das Essen, Crème Brûlée, stell dir vor. Sie sind gut gekleidet und frisch gemaschen, es duftet nach Seife und Chlor. Um neun sitzt der Schreihalsvater noch an, der Bad trinkt ein Bier und dann. Braucht er zwei Zigaretten, weil er auch mit keinem Kind noch wind und frei sein kann. Und vor dem Schrafen gehen, gibt's tock an der Kürbiskerne, in der Therme, in der Therme. Und die Basensuppe schwappt durch unsere Gedärme. Und die Basensuppe schwappt durch unsere Gedärme. Indie Talma